Ciao zusammen, ich bin Richi und für einmal ist Hockey auf den Brettern, was die Welt bedeutet. Wir sitzen hier auf der Bühne im Bierhübeli, wo ich heute Abend mit meiner Band und mit mir ein großes Konzert spiele. Dass so ein Konzert aber richtig funktioniert, braucht es auch die richtigen Partner und mein Partner heisst Kilchenmann. Sie schauen, dass man mich gut sieht, dass man mich gut gehört und wenn wir Glück haben, sogar noch schöne Bilder entstehen mit Kameras. Und falls ihr mal irgendwann so ein Event machen wollt oder braucht, einerseits könnt ihr mehr anrufen als Band, und andererseits ihr als Technikpartner, dann kommt es gut. Was war das denn? Ciao zusammen, ich bin Richi, ich sitze hier auf der Bretter, wo alle Künstler am liebsten sitzen oder stehen, nämlich auf der Bühne und die stehen im Bierhübeli in Bern. Dort spiele ich heute Abend, ich fahle dann nochmal an, was ist genau das Problem? Kann ich dir den gerade geben? Du kannst mir den einfach anrufen, schnell in meinen Taschen. Merci Schätzi. Sorry. Kein Problem, fahle nochmal an. Die Bretter, die die Welt bedeuten, das habe ich vorhin gesucht. Ich sehe noch meine neue Beine. Ist gut. Bildlicher Ton.